Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier bei eurem Pokéhomes auf der Suche nach allen Pokémon. Ja, wir machen weiter Weg des Champs auf bzw. oder wieder auf. Ich habe die Slembrim Box V und ja, schauen wir mal, ob uns da ein Glurak entgegenspringt oder nicht. Oder was uns generell erwartet. Ja, ich möchte mich nochmal für eure ganzen Support herzlich bedanken. Es gibt jetzt ein paar kleine Änderungen in den Videos. Ihr habt das bestimmt schon im Intro gesehen. Ich werde jetzt ein paar Sound-Modifikationen benutzen und ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt nicht mehr den Wert einzelner Karten einblenden, sondern wirklich nur noch den Wert von Hit-Karten oder so. Und ja, ich hoffe, das kommt bei euch ganz gut an, weil dann haben wir ein bisschen mehr Fokus auf den einzelnen Karten und nicht mehr so auf den Preis der Karten. Ja, und genau. Könnt ihr mir gerne Feedback in den Kommentaren da lassen, was ihr davon haltet. Oder ob ich zu dem alten Konzept zurückkehren soll, wo ich oben links die Flamme einblende und oben rechts den Goldbarren. Und genau, ob euch das besser gefällt oder ob ihr sagt, nee, wirklich nur den Wert von einzelnen Hit-Karten. Und genau, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren euer Feedback da lassen. Und genau, dann gehen wir right about ins Opening und let's go, würde ich sagen. So, ich habe natürlich die Box wie immer schon aufgemacht. Es ist ja immer ein Abenteuer, diese Boxen aufzumachen. Ist ja immer super verklebt. Und ja, Weg des Champs, alte Serie von letztem Jahr. Und schauen wir mal, was wir dort schönes denn drinnen ziehen. Ja, also wir haben wie immer Plastik über Plastik. So, jetzt gucken wir mal. Zack. Auch schade, dass von Weg des Champs kein Displays gibt. Aber ist ja, weil wirklich nur eine kleine Auskopplung der Serie. Und dass sie da zwei Gluraks reingepackt haben, ist natürlich auch eine krasse Sache. Ja, schauen wir mal, was wir da ziehen. So, wir haben jetzt erstmal hier diese wunderschöne Selembrim V-Promokarte in XXL. Ich habe jetzt hier auch noch die anderen Promokarten auch hier am Start. Einmal Olanga und Pikachu. Kann ich euch auch nochmal gerne zeigen. Wirklich wunderwundervolle XXL-Promokarten. Richtig, richtig klasse. Und ja. So, also Selembrim V, richtig toll. Jetzt gucken wir mal. Jetzt holen wir uns mal hier die Promokarte raus. Zum Glück haben sie die Karten ja nicht mehr mit anderen Sachen befestigt, sondern wirklich so. Nicht irgendwo reingesteckt mit den Ecken oder so, wie bei den Tinboxen. Weil dann bleiben nämlich die Karten viel frischer und dann sind die Edges nicht so beschädigt. Ja, ist doch eine schöne Karte. Können ich mal zum Graden schicken. Es kommen jetzt auch die Tage neue Videos, auch wieder ein paar neue Formate. Ich hoffe, es gefällt euch der Content. Dann einmal der Online-Code für euch. Für die Weg des Champs Selembrim V-Box. Könnt ihr gerne das Video pausieren, abschreiben. Wünsche euch natürlich nach wie vor ganz, ganz viel Glück. So, wir haben zweimal Kamalm. Einmal Geradax und einmal V-Pokusan. Ich würde sagen, ich mache Geradax und Kamalm auf. Und meine Freundin im nächsten Pokusan und Kamalm. So. Ah, die Booster. Sehr luftig. Schauen wir mal. Also das sind ja wie gesagt Produkte, die sind schon lange auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob da Repackt oder Re-Sealing und so Produkte jetzt auf den Markt zurückkommen. Also Booster aufgemacht und die besten Karten rausgenommen und dann wieder verpackt. Weil, also es heißt ja immer so, dass die Booster dicht sind. Also jetzt zum Beispiel, jetzt hatte ich im Livestream, ich weiß nicht wann ich das Video jetzt hochlade, hatte ich Farben-Schock-Booster aufgemacht und da sind die Booster immer sehr eng und anliegend die Karten. Und hier sieht man auch wirklich, da ist richtig, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Video jetzt, da ist richtig Luft drin. Also die sind überhaupt nicht anliegend, also das sind wie Luftpolster quasi. Da muss man mal schauen, ob wir da was ziehen oder nicht. So, einmal der Online-Code für euch. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Glück. Angenommen, mitgenommen und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob uns ein Glurak entgegenspringt. So, wir haben einmal die Psycho-Energie. Dann haben wir die Trainerkarte, hopp, ziehe drei Karten. Dann haben wir die Trainerkarte Ness. Durchsuche dein Deck nach einer Energiekarte und einer Unlicht-Pokémon. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Dann haben wir einmal die Pokémon-Trainerkarte Saniya. Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Basis-Pokémon oder bis zu zwei Basis-Energiekarten. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Dann haben wir das Pokémon Kaniwanha Wassertypus. 60 Kp, Angriff bis, Doppelschwäche Elektro, Nummer 318, ein Gnadenlos-Pokémon. Dann haben wir einmal Wablu, 50 Kp, normaltyplos, Angriff Piekser. Ein Wollvogel-Pokémon, Nummer 333. Ich mache es jetzt immer so wie der Pokédex. Wulpix, ein Feuer-Pokémon mit der Nummer 37, ein Fuchs-Pokémon. In seiner Jugend hat es sechs hinreißende Schweife. Während es wächst, kommen noch weitere neue Schweife hinzu. Unratytox, Unlicht-Pokémon, Nummer 568, Mülltüten-Pokémon. Es liebt schmutzige Orte, angeblich zieht es auch in menschliche Behausungen ein, wenn man zu viel Müll herumliegen lässt. Klonket, Kohle-Pokémon. Es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kolonie entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. Pokémon-Trainerkarte Jaro. Du kannst während deines Zuges nur eine Unterstützerkarte spielen. Irokex, Halunken-Pokémon. Selbst seine halbherzigen Tritte sind stark genug, um die Betonpfeiler eines Meistergriffs zu zertrümmern. Ja, ich mach's mal wie ein Pokédex. Wenn euch das noch was sagt von damals. Ja, mal Irokex-Holo gezogen. Jaro-Reverse-Holo ist doch auch mal eine tolle Sache. Könnt mir gerne mal jetzt in den Kommentaren wissen lassen, ob euch das gefällt, wenn ich den Pokédex nachmache. Das wäre mir jetzt ganz spontan eingefallen. So. Also, Weg des Champs. Ich hab ja auch die Chester Passback und die Marybox aufgemacht. Auch Weg des Champs. Nichts gezogen. Rate ich euch von ab. Kauft keine Weg des Champs-Produkte mehr. Die sind alle repackt, resealed. Irgendwie aus irgendwelchen Lagerhallen hervorgerufen. Da ist, denke ich mir, nichts mehr drin. Das ist alles leer gemacht worden. Also, Finger weg vom Weg des Champs. Und, ähm, weil sowas braucht doch wirklich keiner in jedem Pack, ne? So, dann einmal der Online-Code für euch. Gerne ein Video pausieren, annehmen, mitnehmen, eingeben. Wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Glück, dass ihr das Glurak im Online-TCG zieht. So, wir haben einmal, wir legen los mit der Stahl-Energie. Dann die Pokémon-Trainer-Karte. Hopp! Dann haben wir die Trainer-Karte Smart Rotum. Dann haben wir Kleoparda. Gefühls-Kälte-Pokémon. Man wird schnell von seinem schönen Fell und seiner Armut verleitet. Aber, äh, Anmut, nicht Armut, oi. Aber es ist ein sehr launisches und gewalttätiges Pokémon. Rettan. Schlangen-Pokémon. Die Eier von Vögel-Pokémon. Sein Leibgericht. Verschlingt es am Stück. Bleibt ihm eines in der Kehle stecken, verliert es kurz das Bewusstsein. Kokuna. Käferbiss. Angriff. Kokon-Pokémon. Während es auf seine Entwicklung wartet, versteckt es sich unter Blättern und zwischen Ästen. Kleptifuchs. Fuchs-Pokémon. Angriff. Schweifschlag. Es. Stibitzt-Futter, das andere Pokémon gefunden haben. Dank der samtweichen Bällen an seinen Pfoten ist sein Gang lautlos. Wablu. Wollvogel-Pokémon. Angriff. Piekser. Ständig pflegt es seine wetterartigen Flügel. Falls es schmutzig wird, nimmt es seine Dusche, um sich zu putzen. Macholo. Kraft-Protz-Pokémon. Angriff. Kick. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Fililau. Schelm-Pokémon. Es bestiehlt liebend gerne Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Kleptifuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Pokémon-Trainerkarte. Merry-Holo. Ja, wundervolle Trainerkarte. Ja, da haben wir doch zwei Holo-Karten gezogen. Ja, kann man so annehmen. Ja, dann war das doch mal wieder ein ganz tolles Opening. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann ihr zu welcher Zeit euch das Video auch gebt. Dann macht's gut. Haut rein. Euer Poker Homes. Ciao. Ciao.